Roland Czulok, so habe ich früher Schultern trainiert, hört mir genau zu. Hallo, willkommen heute zu unserem neuen Videodreh hier. Heute drehen wir ein Oldschool-Training, Rücken und Schulter. Geil, Alter, darauf habe ich Bock jetzt. Mit einem GN-Athleten, Athleten aus dem Team Czulok, Dennis Lennert. Und da zeige ich euch mal, wie man richtig Vollgas gibt. Gut auf jeden Fall, ich freue mich, danke für die Einladung. Wie gesagt, ich bin jetzt neu im Team von GN und freue mich auf die Zusammenarbeit und alles, was noch kommt. Und jetzt geben wir mal ordentlich Gas im Training und dann schauen wir mal weiter. Lass mal krachen, jetzt wird erst mal Buster reingeballert, Narkotika-Inflexion, dass er mal... Narkotika-Inflexion, Alter, neu, geil. Der Motor auf Hochtouren kommt, da ist das Ding, jawohl. Geil, Vollgas. Bei so viel Masse, da braucht man ein bisschen mehr halt, also... Ein bisschen Chef hier am Start. Jawohl. Die junge Generation würde das einfach jetzt in den Mund machen und, äh, so... Dry scoopen, ja. Dry scoop nennt man das, ja? Dry scoop. Aber das ist nichts für uns, wir trinken das. Ja. Und noch eine gute, gute Flüssigkeit hier. Das feine Stöpfchen da. Cheers. Nazdrowie. Training. Nazdrowie. Genau. Ja, hi, Freunde. Ich denke mal, bei jedem Polen kommt dann automatisch das Wort Nazdrowie im Schädel und nicht Cheers oder, oder Prost oder sonst was. Mein Name ist Dennis Lennertz, ich bin 26 Jahre alt, bin jetzt neu im Team GN, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Äh, auf die Chance und auf die ganzen Projekte, die jetzt noch folgen. Ja, ich... Check ich mal direkt ab auf Instagram den Dennis. Bin im Team und zwar hat mich GN kontaktiert über Instagram und hat einfach nachgefragt, ob ich, äh, mit GN zusammenarbeiten möchte. Und da habe ich auch gar nicht lange überlegen brauchen und natürlich direkt zugesagt. Bodybuilding betreibe ich aktiv, seit ich, äh, 20 Jahre alt bin. Hab auch schon ein paar Wettkämpfe hinter mir, paar Wettkampfsaison. Oder ich gebe Dennis Lennertz ein, kommt einfach der hier. Einfach Dennis Lennertz, FC Westhörg. Irgendwann habe ich falsch gemacht, Digga. Das ist der erste, der vorne erscheint. Ist auch relativ erfolgreich. Warte mal, ich will mal gucken, wurde hier verlinkt, seine Accountseite. Dennis, ach, mit einem N. Alles klar, okay, das war der Fehler. Ja, Dennis. Ich würde sagen, und jetzt, äh, genau, sind wir auch schon seit sechs Wochen auf Diät und, äh, wollen im Frühjahr nochmal angreifen. Ich bin im Team Roland, also. Oh, Junge, Dennis, der sieht auf der Bühne brutal aus, Digga. Schauen wir hier gerade Bühnenbilder an. Ja, wenn die Beine bisschen fleischiger werden, das wird ein gutes Paket. Jetzt, weil der Oberkörper ist brutal. Beine fehlt ein bisschen Masse, aber Oberkörper, warte mal. Bisschen hell, so. Das sieht doch, der Oberkörper, Latschulter und alles, sieht wild aus, ne? Brutal, Alter. Also, Team Chilok schon seit drei Jahren. Zur Corona-Zeit war der German Cup, vielleicht können Sie sich da noch der ein oder andere dran erinnern. Das war die Meisterschaft vom DBV, das war die auch die einzigste, die es in dem Zeitraum gab. Ja, da habe ich... Formcheck kommt am Ende, ja. Kamaru, was geht ab, Buri? Danke, sehr. Positiv. Ich habe mich dann mit Roland kennengelernt, hat mich angesprochen und hat gesagt, ey, du siehst gar nicht schlecht aus, da fehlen vielleicht noch ein paar Kilo, aber die Linie passt. Und genau, von da ab haben wir eigentlich zusammengearbeitet und wie gesagt, wir haben auch echt eine gute Verbindung zusammen. Und ja, Roland ist auf jeden Fall ein Herzensmensch und auch ein ganz besonderer Mensch für mich persönlich halt auch, ne? Hat mir viel auf den Weg mitgegeben, nicht nur sportlich, sondern auch wirklich auch privat viel. Und bin echt froh im Team von Roland zu sein. Wir werden natürlich die ganze Vorbereitung für euch dokumentieren, entweder auf dem Kanal von GN, auf dem Kanal von Roland. Geil, das finde ich gut. Oder auch auf dem Instagram-Kanal von mir, den könnt ihr auch gerne mal abchecken, wird bestimmt hier unten verlinkt. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit und euch ganz viel Spaß beim nächsten Video. Sehr gut, ankommen. Ja, boah. Hopp. Oh ja. Das ist auch eine geile Maschine, ne? 5.80. Wow, die ist mega. Wisst ihr, was ich traurig finde? Ist jetzt nichts gegen den Dennis. Er ist wahrscheinlich ein strammer, cooler Typ. Aber Dennis, warum hast du 15.000 Follower und die Likes deaktiviert? Und ungefähr pro Beitrag 100 bis 200 Likes? Freunde, nochmal, jetzt abgesehen von Dennis, scheiß mal auf diese Follower, er ist ein super Sportler, cooler Typ wahrscheinlich. Aber bitte hört auf, euch Reichweite zu kaufen. Es bringt euch nichts. Ja, und wenn dann noch GN kommt und ihr einen Vertrag anbietet, dann, okay, anscheinend bringt es doch was. Nein, die GN bietet denen wahrscheinlich den Vertrag an, wegen seiner guten sportlichen Leistung. Aber er hofft euch kein Sponsoring durch kurva gekaufte Follower. Ja, das bringt gar nichts. Den blauen Haken kann mittlerweile sich jeder besorgen. Fast jeder. Kostet aber Geld. Also du zahlst nicht in eine Bangladesch-Firma, sondern an Instagram direkt. Das ist aber auch nur sinnvoll für Accounts, die wirklich, womit du Geld verdienst. Das ist beispielsweise bei mir. Bei mir macht es Sinn, bei jemand anderem, der seine Story besteht aus, keine Ahnung, aus Essen zeigen oder manchmal ein Bizeps-Flex-Bild. Dann macht, bitte kauft euch nicht diese 16 Euro im Monat, den blauen Haken, weil es bringt nichts. Wenn der Account weg ist, macht ihr euch einen neuen. Wenn mein Account beispielsweise weg ist, dann wäre das natürlich schon problematisch. Deswegen habe ich so direkten Support zu Instagram, falls was sein sollte, dann lohnt es sich, ja. Aber bei so normalen Accounts, Privataccounts, kauft euch keinen blauen Haken. Viele machen das, ich frage mich wofür, Digga. T-Rex, danke dir für das Primamo. Ja, scheiß drauf jetzt. Ich wollte dem Luca nichts unterstellen, aber sieht sehr verdächtig danach aus, dass da mal eingegriffen worden ist. Aber naja, was soll's. Weiter geht's, Freunde. Falls es nicht so ist, dann nehme ich alles zurück. Aber ich sehe sowas meistens ganz schnell. Da habe ich extra aus Wiesbaden geholt. Die blauen Maschinen, alle aus Wiesbaden geholt. Ich habe früher schon Ende der 90er an denen trainiert. Das Studio wurde dann damals geschlossen, Spotpoint in Wiesbaden-Schierstein. Und da habe ich dann die Maschinen damals gekauft. Gleich zugeschlagen, ne? Gleich zugeschlagen. Die haben 38 von denen gehabt, aber so viel Platz habe ich ja nicht hier. Ich kenne die alten Maschinen auch noch, die sind brutal. Wir haben nur die geholt, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich wusste gar nicht, dass Roland ein eigenes Studio hat. Das sind aber, glaube ich, zwei, vier, sechs, zehn, elf Stück, ne? Rücken haben wir jetzt durchgeballert, sechs Übungen. Boah, ich kenne die, die sind brutal, die Dinger. Vier Sätze. Ich habe heute noch an einer trainiert, an so einer Schrägmaschine davon. Mit Dropsatz pro Übung. Jetzt geht es an die Schulter. Wir fangen hier Oldschool-mäßig mit Nacken drücken. Danach kommt Seitheben, danach kommt die hintere Schulter. Also lasst euch mal überraschen. Weißt du, was hier fehlt? Ja, Einstiegshilfe. So ein Pedal, ne? Ich weiß. Da brichst du ja über die Schulter. Ich weiß, gerade wenn man größer ist, ne? Wenn jemand klein ist, dann geht es ja noch. Dieselbe haben wir in der Kraftfabrik auch. Du kannst die, ich hebe mal raus. So ist gut, ja. Die ist so geil, die Maschine. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schöne Ausführung. Der nimmt die exzentrisch etwas langsamer. Das ist leicht, ja. Das ist leicht. Das ist schwer. Jetzt haben wir 2,40 gehabt. Ja. Jetzt machen wir 62. Okay. Aber die ist auch brutal übersetzt. Also die geht bis 87,5. Das ist richtig schwer. Ich packe die komplett voller Turm. Auf 10, 12 Wiederholung. Probieren wir. Kein Problem, Roland. Wie lange ging bei dir ein Training damals? Mein Training? Wie lange es gedauert hat? Aber wenn ich so zwei Mal einen Tag trainiert habe, dann habe ich so, ja, dreiviertel Stunde. Ja, siehst du. Habe ich schon gesagt, ne? Ja. Also. Dreiviertelstunde habe ich trainiert. Jeder, der für sein Training länger als anderthalb Stunden braucht, der macht irgendwas falsch, ne? Ja. Kai Gedan. Mach dir mal Gedanken, Junge. Also wenn ich mal ein bisschen mehr gebraucht habe, dann Stunde. Ja, bei Beinen, zwei Stunden Beine, ja, okay. Ja, ich habe die Beine gesplittert, quasi vorne. Also Beinbeuger warten morgens und Quadrizeps abends. Ja, auch klar. Aber für Quadrizeps habe ich dann schon eine Stunde gebraucht oder so. Hoppa. Hoppa. Ja, geht. Geht? Ja, ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ja, geht, geht, geht. Wahnsinn, das flutscht und flutscht, ne? Ja, ja. Jetzt können wir einen Dropsatz machen, oder? Ja, ja. Oder? Ja. Ich glaube, wir brauchen ein T-Shirt von TN mit Dropsatz, ne? Ja, glaube ich auch. Na, Hashtag Dropsatz. Ja, das ist mein Lieblingswort, ne? Ja, ja. Dropsätze, aber die sind ja auch Geilsten, oder? Sag mal dieser Dropsatz, ob der nicht geil ist. Ja. Finde ich auch. Dropsatz immer brutal. Auch, ne? Das ist so richtige, diese letzte Kickshow. Ja, nur alles rausholen, auf jeden Fall. Das ist, ja. Da denkst du, scheiße geht nichts mehr, da geht doch mal was, da geht nochmal was, und da denkst du... Stell dir mal vor, gestaltet ein gesamtes Training mit Dropsatz sitzen. Viel Spaß danach, ihr seid am Arsch. Scheiße, ich schaff keine einzige Wiederholung mehr. Dann hast du nur noch 40 Kilo drauf und denkst du, das fühlt sich an wie 100, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich hab gestern bei den Bolger trainiert, ne? Okay. Die Autofahrt war eine Qual, wirklich. Echt? Beim Sitzen, ne? Es tut so weh. Schmerze gab. Ja, ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Nun komm. Zwölf. Wahnsinn. Dreizehn. Vierzehn. Komm. Okay. Okay. Oh, leck. Stark. Sieben und siebzig. Und da wird runtergedrückt. Jetzt haben wir sieben und vierzig. Und komm. Oh, scheiße. Eins. Der erste Dropsatz fühlt sich dann schwerer an als der erste Satz mit dem Fehlengewicht. Das ist meistens so. Und am Ende mit ganz wenig Gewicht, der fühlt sich am allerschwersten an. Obwohl du dann vielleicht nur zwei, drei Platten drauf hast. Zwei. Drei. Vier. Zun. Ja, knackt aber jeder Wiederholung seine Schulter. Falls ja, Junge. Sechs. Hört ihr das? Ganz, ganz schlimm. Urs war schon dran, mein Lieber. Ben. Acht. Kommt noch zwei. Eine. Hoch. Ah, leck. Jawohl. Ich glaube, das Mikrofon ist am Shirt oder am Bart am Kratzen. So, also es gibt Drücken. Danach machen die Boys Seitheben am Kabel. Dann geht es auch direkt zur hinteren Schulter. Und da müsste eine Übung noch folgen. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Aber was wir uns angucken wollen, ist am Ende noch den kurzen Torque. Und den Formcheck natürlich. Da bin ich ganz heiß drauf. Let's go, Freunde. Beim Rücken schon alleine 24 Sätze. Wenn du dann noch Dropsatz machst und so, alles. Das ist viel zu viel. Ja, das kann man vergessen. Das ist schon brutal, ja. Ja, jetzt werden wir mal gucken, wie der Dennis aussieht hier. Ob er jetzt Hausaufgaben gemacht hat. Ob er alles richtig durchgezogen hat. Er ist schon seit, ja, mittlerweile, glaube ich, sechs Wochen in der Vorbereitung. Wir haben ein bisschen früher angefangen bei ihm, weil das dauert ja ein bisschen länger bei ihm. Und wir wollten ja am Weihnachten ein bisschen. Bei jedem anders. Es gibt Leute, die sind innerhalb von acht Wochen Wettkampf fertig. Dann gibt es Leute, die brauchen 16 bis 20 Wochen. Das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich individuell. Er hat entschieden halt, am 24. am Heiligen Abend kriegt er was zu essen. Erster, zweiter Feiertag gibt es Shit-Meal. Und das hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ja, Bilder habe ich schon gesehen. Da kriege ich so jede Woche einen Update von ihm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das alles mal live aussieht. Hier wird alles dokumentiert, ne? Gewichtmäßig, alles im Handy, aber auch nochmal auf dem Papier. Sehr, sehr gute Arbeit. Falls Handy weg ist. Ich bin jetzt kein Fan davon, mich nach dem Training zu wiegen, allgemein, mitten am Tag. Ich mache es immer, immer nüchtern, weil, Digga, ich esse zwei Mahlzeiten, trinke was und bam, wiege ich zweieinhalb bis dreieinhalb Kilo mehr. Ich wiege mich immer morgens früh nüchtern, nach dem Pissen, nach dem Scheißen. Okay, warte ich mal schwer auf. Okay, Viertel Drehung. Oben rum gefällt der Dennis mir richtig gut. Ne, mein Lieber, den kenne ich nicht. Gehen wir mal einen Haltbeschnitt zu mir. Rück, genau, schön fleischig, ne? Gute, runde Schultern. Ja. Okay. Aber der Kameramann zeigt auch ein bisschen die Beine. Ja, und von vorne. Doppelbizep sieht auch stark aus, ne? Ist gut, ne? Ja. Hat er gesagt, es hat acht Wochen, ne, sein Prep. War korrekt. Sechs oder acht Wochen. Jawohl. Schade, dass die so beschissen filmen und man einfach das Bein fast gar nicht sieht, ne? Schulter ist ja riesig, ne? Und der Arm ist aber auch brutal. Beuge wird auch schon freier, ne? Jawohl, so ist gut, so ist gut. Genau so. Kopf gerade. Jetzt. Ja. Und Luft raus. Bauch. Bauch ist auch schon gut frei. Bleibt so, genau so jetzt. Jetzt ist gut. Der Rücken sieht aus hier. Fuck, Alter. Wie gesagt, der Rücken ist brutal geworden. Latt von hinten. Und Bauch. Ja. Jawohl. Mhm. Und Beine. Junge, der Kameramann, Alter, das ist eine absolute Frechheit, Digga. Der Junge rackert sich hier einab, der ist am Posen. Der zeigt, der macht. Und dann kommt da so ein Kameramann. Ich bitte dich, falls du das siehst, Junge, film doch mal anständig das Gesamtpaket, Junge. Was soll das denn? Ja, das sieht auch gut aus wie der David-Ferick. Der filmt einfach nur den Oberkörper. Der macht immer die Pose, weißt du? Die sieht geil aus, ne? Mit den angespannten Beinen. Ja, ja, du machst die. Und dann, ja, so ist es auch schön. Das steht dir auch, schau mal. Ja, die ist gut. Die stehen dir beide sehr gut. Die sieht bei I-Ham brutal aus, ne? Weißt du? Weil du hast, weil du riesen Arm hast, weißt du? Und dann die dicke Schulter und dann so ein bisschen eingedreht. Weißt du? Genau. So ein bisschen eingedreht. Genau so, schau mal. Jawohl. Ein bisschen größer machen. Ja. Und Beine. Jetzt. Jawohl. Super. Ja. Das war das nicht gut zu, ne? Du wirst noch Beine trainiert, ne? Ja. Das ist Sklave. Sie sagt auch noch gestern, Beine trainiert und der Kameramann filmt immer noch über der Kniescheibe. Im Großen und Ganzen läuft das Schritt für Schritt. Ich komme immer der Sache näher. Guck mal, Gewicht geht runter, aber du bist nicht kleiner geworden. Du bist nicht geschrumpft. Ja, mit Zwiebeln haben wir gemacht? 12 Kilo, ne? Fast schon, ne? Wahnsinn, haben wir gut vorgearbeitet, ne? 12 Kilo in 6 Wochen, ne? Aber war schon wichtig. 12 Kilo in 6 Wochen. Und... ... dass wir das gemacht haben. Bei dir ist es immer zum Schluss, wenn man da mit Gewalt, ne? Ja, ja, klar. Mit so wenig Kalorien, da passiert nichts mehr. Da bist du halt eine laufende Leiche. Walking Dead, weißt du, ich meine? Ist ja so. Ja. Ich finde, Roland ist so geil, so sympathisch, Mann. Einfach laufende Leiche, Walking Dead. Also, läuft alles nach Plan. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Wir haben brutal vorgearbeitet. Was haben wir 12 Kilo jetzt schon weg, ne? Ja, 12 Kilo reduziert. Bis Weihnachten, das war so das Ziel. Wir haben das Ziel erreicht. Jetzt an Weihnachten kann er, wie gesagt, Heiliger Abend, 1. oder 2. Feiertag, gibt Schiedmähl. Und dann nach Weihnachten geht es dann voller Kraft voraus weiter Richtung Wettkämpfe. Aye Aye, Captain. Nächstes Jahr, Termine stehen schon. Captain Coach. Also, seid auf der Hut, was da beim Dennis noch abgeht hier. Jetzt habt ihr ein Oldschool-Trainings-Video von mir gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das Video euch angucken. Dann meinen Kanal abonnieren, Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch paar neue Ideen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und wenn ihr mich noch dabei unterstützen wollt, könnt ihr über meinen Rabattcode Roland10 bei GN, bei God's Rage Bestellungen machen. Also, bis bald und ja, Vollgas. Jawohl, Dovisenia Roland. Also, simples, kurzes Volumentraining, Digga. Oldschool-Volumentraining. Das passt doch, ja. Und der Luca, gute Form. Äh, Luca, sag ich schon. Dennis, Luca ist der andere. Luca Rega. Dennis sieht brutal aus. Ich denke mal, das wird in Zukunft ordentlich. Ordentlich, ordentlich. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurz Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESM.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESM.com vorbei mit Rabattcode William. Sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Ja, aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links sind immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei OACE.com ab. Denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.